Tisch-Kreissäge von Einhell Habe mir im Hercules Baumarkt in Bad Arolsen eine Kreissäge für 99 Euro von Einhell gekauft. Hier ein kurzes Video vom Zusammenbau. Es ist keine große Sache. Die Füße müssen angeschraubt werden und der Schutz über dem Sägeblatt. Leider waren die Gummikappen für die Füße nicht dabei. Wir haben im Baumarkt angerufen und sie haben uns die Gummikappen von dem Ausstellungsstück gegeben. Es sind auch noch zwei Bleche zur Verbreiterung der Auflagefläche dabei. Diese habe ich erst einmal weggelassen. Und schon ist die Dreissäge einsatzbereit. Es ist eine Vorrichtung für Schrägschnitte vorhanden. So kann man ein Brett schräg abschneiden. Der Winkel ist auch verstellbar, wie man hier sieht. Man kann also jeden Winkel einstellen. Der Anschlag ist sehr stabil und lässt sich mit einer Klemmvorrichtung feststellen. Das Sägeblatt ist mit einer Kurbel auf Schnitthöhe einstellbar. Auch lässt sich das Sägeblatt schräg stellen. Auch noch eine neue Sackkarre von Aldi haben wir uns zugelegt. Hier gibt es ebenfalls keinen großen Zusammenbau. Es müssen nur die Räder montiert werden. Wir bedanken uns für Euren Aufruf. Bis zum nächsten Video. Das vermutlich wieder etwas länger wird. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.